Musik 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 Wo ist das Geburtstag hin? Wo ist das Geburtstag hin? Hier hängen wir die Jacke auf. Kommst du dran? Hallo Spiegel, ich bin wieder da. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday lieber Heinrich. Happy Birthday to you. Hast du gut gemacht. Opa, alles Gute. Meine Nietzsche? Tschüss, ich bin GOKIND 저희. Und dann zurück. Schrauze und Arbeits bounded koffer. Ich 어우 mir nicht immer wieder auf Doesnch случай. Es ist hinge Ziel das, Es ist immer wieder auf den Dayen und über die Bücher eingefle险. Dann für dich, es geht rein! Schrauber Maschina? Die Kochplatte unten links ist auf Stufe 9 eingeschaltet. Untertitelung des ZDF, 2020 Der dampfbare Heizkist auf 100 Grad vor. 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 Ich zeig dir, wie das ganz gut stehen kann und dass er unten bleibt und dass es weist. Atme gleichmäßig durch die Nase ein und zähle bis zwei und lass die Luft durch deinen Mund nach draußen. Stell dir mir vor, wie du an einem Strand stehst. Der Sand unter deinen Füßen ist warm. Fühl die Sandkante zwischen beiden Seen. Der Strand ist Menschenmeer und der Ozean ungefährlich ruhig. Alexander, mein Sohn, darf ich dir das Neueste, was es momentan auf dem Markt gibt, zeigen? Das ist das Lichtleitsystem. Wie führt dich das denn hin? Wo mich das hinführt, das kann ich dir sagen, ins Badezimmer. Und du siehst, das ist auch was für Nachtwandler, die immer wissen, wo sie hergehen müssen. Wenn du deinem Blick auf den Sand richtest, erkennst du frischen Fußabdrücke, die von dir weggehen. ... ... Ich bin jetzt mal auf die Hände. Ich bin jetzt mal auf die Hände. Ich bin jetzt mal auf die Hände. Komm mal mal. Komm mal raus, das geht schon. Katharina, raus, leg dich raus, leg dich raus. Hallo, Kora. Hallo, Katharina. Wie kann ich dir helfen? Was gibt es Neues in der Zeitung? Willst du alle Artikel anschauen oder soll ich dir einen vorschlagen? Was hast du zum Thema Politik? Dich könnte interessieren. Karlsruhe urteilt über weitreichende Auskunftspflicht der Regierung. Nein, danke. Was hast du sonst noch? Wie wäre es mit NRW ist ein teures Hochzeitspflaster. Ja, bitte. Hier, bitteschön. Was kannst du mir sonst noch vorschlagen? Dich könnte interessieren. Binker wird Präsident in Südkorea. Nein, danke. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Wie wäre es mit Präsidentin der Fachhochschule Bielefeld unterzeichnet, Kartal des Demenznetzes? Ja, gerne. Bitte setze dich mittig in den Stuhl, sodass dein Schwerpunkt im neutralen Bereich liegt. Der Sessel fährt jetzt in die Übungsposition. Danke. Schicke mir den Artikel doch bitte aufs Tablet. Kein Problem. Hebe jetzt deinen Lumpf. Nicht die Luft anhalten. Was kommt denn heute Abend im Kino? Es kommt zum Beispiel 21 oder 30 Jahrhundert Frauen im Lichtwerk. Ja, schön. Dankeschön. Tschüss, Koba. Bitteschön. Sehr gut. Du hast die Übung geschafft. Trainiere täglich, um deine Rumpfmuskulatur weiter zu kräftigen. Die Trembrühe ist fertig und kann jetzt aus dem Dapfgarer genommen werden. Versuch doch mal. Ja, das sind gute Zutaten. Beste Sachen. Ja, schönen Bisschen. Noch ein bisschen nachspanisch. Ja, gut. Die können nicht leckern. Und ganz essen. Die sieht ja auch nicht verwöhnt sich aus. Ja, gut. Oh, die Wasserkiste ist gekommen. Mann. Spiegel wie Wissers Wetter. Spiegel wie Wissers Wetter. Ich gehe jetzt los. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020